Man spricht von einer Umweltkatastrophe noch nie dagewesenen Ausmaßes. Tonnen von toten Fischen werden in der Uder zwischen Deutschland und Polen angespült. Die Fische wurden durch einen bisher mysteriösen Schadstoff, der das Wasser verseucht hat, vergiftet. Als erstes muss man unbedingt herausfinden, was die Ursache ist. Außerdem müssen die toten Fische und andere Organismen so schnell wie möglich aus dem Fluss entfernt werden. Denn Fische werden von Vögeln und anderen Tieren gefressen. Das ist eine wirklich große Aufgabe, eine große Herausforderung. Freiwillige haben bereits mehr als 10 Tonnen tote Fische eingesammelt. Bisher wurde eine Quecksilbervergiftung ausgeschlossen, aber die Tests werden fortgesetzt, nachdem unnatürlich hohe Salzwerte festgestellt wurden. Ein solches Massensterben muss schnell gemeldet werden. Die polnischen Behörden wurden dafür kritisiert, dass sie ihre deutschen Nachbarn zu spät über die Ausbreitung der Kontamination informiert haben. Teile des Flusses sind inzwischen so giftig, dass die Menschen aufgefordert wurden, nicht zu fischen oder zu schwimmen. Wer natürlich besonders betroffen ist, sind die einheimischen Fischer. Denn sie leben davon. Die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen dies in den nächsten Jahren haben wird. Andererseits ist das auch für die Tourismusbranche katastrophal. Hier an der Oder hatte sich gerade eine gute touristische Infrastruktur entwickelt. Polen hat eine Belohnung für die Ergreifung von Personen ausgesetzt, die für die Entsorgung von chemischen Abfällen in den Fluss verantwortlich sind. Aber es sind bereits große Schäden entstanden und es wird davor gewarnt, dass die Säuberung Jahre dauern könnte. Siobhan Robbins Sky News Biod Ronak